Die beiden sind wie auf gleichem Niveau, das war super. Man hat auch gesehen, er hat auch immer wieder Stefan angeschaut und er hat auch wirklich mitgespielt. Es geht weiter mit Lang Lang Musik, Liebestraum, Liebestraum, der Song und Queen Pang und Yantong. Dazu die Weltmeister, die Aktuellen im Paar laufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020